Das Minderheiten ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität frei entfalten und weiterentwickeln ist für Deutschland ein ganz wichtiges Anliegen. Und vielleicht weiß der eine oder andere von Ihnen auch, wir feiern in diesem Jahr ein wichtiges Jubiläum, nämlich das 20-jährige Bestehen des Deutsch-Ungarischen Vertrages über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa. Ja, darf ich ja? Ja, Entschuldigung. So, eigentlich, ich gehe mal auf den Fokus, ich habe den Papier, aber vielleicht darf ich immer hinterher. Oké, az, hogy kisebbségek, az etnikai, kulturális, nyelvi és vallásidentitásokat szabadon kezelhet a Magyarországon, és továbbfejlődhetnek, ez a Németország számára, a Német Nagykövettség számára nagyon fontos. Ennek van egy jubileuma is most ebben az évben, a Német-Magyar szerződés pontosan 20 éves Európában. Oké, dieser Vertrag nimmt zwar explizit Bezug auf die deutsche Minderheit, die auch eine richtige Minderheit ist, aber für uns ist es wichtig, ja, dass wir alle ungarischen Nationalitäten unterstützen, nämlich alle 13 nationalen Minderheiten, die es hier in Ungarn gibt. Und das ist auch ein Grund, warum wir das Minderheiten-Filmfestival-Talong schon seit langen Jahren unterstützen. Und es ist natürlich sehr bedauerlich, wie mir Judith Klein eben auch noch mal sagte, dass dieses Mal nicht alle Minderheiten, zwar wichtige Minderheiten, die hier bei dem Filmmestival vertreten sind, aber nicht alle. Ein solches Nationalitäten-Filmfestival ist aus unserer Sicht nämlich sehr wichtige Akzente. Es stellt zum einen ein Forum für die Vorstellung von Filmen der nationalen Minderheiten dar, das ist wichtig. Vielleicht ist das nicht immer die Vorstellung von Filmschaft. Ich habe mir einen Aufstieg im Aufstieg. Ich habe es nicht mehr mit dem Geist. Ich habe es nicht mehr mit der Beziehung von Filmschaft. Das ist wichtig. Nein. Nein. Wenn wir sprechen von einem Verwärter, dann ist es wichtig, dass es eine deutsche Minderheit der Nähe von der Nöhe 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 von. Das ist, dass Magyarországrion 13 kisebbsägen und 13 Què und 13 Közdebisäge sind die Niembrach-Követsäge sind. Es ist klar, dass Niembrach-Követsäge die Niembrach-Követsäge im Geld ist, dass die einem Solidarbeits instead des Filmfeier erte. A Nemzeti Filmfestivál von wichtigsten Punkt, weil es ein Fórum erlte, dass er eine Möglichkeit hat, dass er ein Film auf dem Film bestehnt, dass sie die Filme auf dem Künstler-Kirchen-Kirchen-Kirchen-Kirchen-Kirchen-Kirchen-Kirchen. Ich bin mir auch ein sehr guter Mittel, die Kultur identität der nationalen Minderheiten ein weiterer Publikum herzubekommen. Und ganz einfach nicht zu vergessen, es dokumentiert und bewahrt kulturelle Werte für nachfolgende Generationen. Die Regierung weiß, dass die Minderheiten hier in Ungarn die Menschen in Ungarn, die sie hier genießen, durch eine sehr schwierige Fahne. Die Niemöche Union weiß, dass die gesellschaftlichen Menschen momentanen aufgrund der jungen Klinik zu werden, sehr schlechtes Situationen sind. Die öffentliche Mittel sind sehr viele neue Verlust, während die Ausflugungen in der ganze Zeit noch nicht überraschend sind, erfordern mehr Dialog und Kreativität. Und das ist ja das, was ich richtig verstanden habe, was hier Herr Kalle eben auch besonders herausgestellt hat. Azt, hogy kevés eszköz, kevés pénz áll rendelkezésre, az, hogy ugyan nagyon sok új törvényt fogadtak el, amiknek a hatását még nem teljesen látjuk át, a dialogust, párbeszédet és kreativitást kíván meg mind a két oldaltól, és ez az, amit, ha jól értett, de Kála Iba beszédében kihangsúlyozott. Das heißt, jede priváte und civilgesellschaftliche initiatieve, jede form von eigeninitiatieve zur förderung des kultúrlebens, der identität der nationalen linderheiten ist sehr zu begrüßen. Minden privátkezdeményezés, minden evjeli kezdeményezés a kulturális életben, vagy bármilyen más területen fontos és támogatant. Und wir hoffen sehr, dass sich die Situation in absehbarer Zeit wieder, ja, verbessert, stabilisiert. Es freut mich sehr, dass dieses Nationalitätenfilmfestival auch in diesem Jahr zustande gekommen ist, auch wenn, so wie ich das verstanden habe, aber ich bin ja jetzt auch nicht das erste Mal dabei, in einem wesentlich kleineren Rahmen als bisher. Dennoch gratuliere ich den Organisatoren und besonders den diesjährigen Gastgebern der serbischen Minderheiten sehr, dass sie das hier auf die Beine gestellt haben. Und ja, vielleicht sehen wir was pozitiv in dem Sinne, eine Filme, die heute Abend, zum Beispiel den ganzen Tag, über mitgewürgt haben. Wie war ein wichtiger Beitrag? Und sind ein Tachpreis-Träger? Ja. Ja. Und der Filmfestival auch in dem Jahr. Und ich hoffe, dass es auch in der Filmfestival gut dauern. Ich hoffe, dass es ein Filmfestival gut dauern. Jönecke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.